Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Nächstes Jahr werden wir an der Universität Potsdam keinen Lehrstuhl für Landesgeschichte mehr haben. Der derzeitige Lehrstuhlinhaber wird in den Ruhestand gehen und der Lehrstuhl wird da nicht mehr besetzt, soweit die Planung. Es wird in Brandenburg dann niemand mehr geben, der sich in dieser Form wissenschaftlich mit der Landesgeschichte befasst. Und das, liebe Kollegin Müller, ist auch was anderes, als jetzt einen schönen Umzug zu machen. Das ist auch schön bunt, es hat noch nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun. Das schaut in anderen Bundesländern ganz anders aus. Die Sachsen leisten sich einen Lehrstuhl für sächsische Landesgeschichte, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz stehen in Sachsen in nichts nach. In Bayern, es überrascht uns nicht, hat sogar jede Universität einen Lehrstuhl für Landesgeschichte. Der aktuelle Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr. Peter Michael Hahn, sagte in der Märkischen Allgemeinzeitung, Die Vergangenheit des Landes hat die Politik hier nicht interessiert. Da scheint er leider recht zu haben. Auch die Universität würde den Lehrstuhl lieber behalten, aber dafür hat die Landesregierung kein Geld übrig. Jetzt soll es die Universität mit einer Notlösung probieren. Die Aufgaben des bisherigen Lehrstuhls werden verteilt auf einen Lehrstuhl, eine Professur und eine außerplanmäßige Professur. Das wird so nicht funktionieren. Man kann nicht mal so nebenbei in der Landesgeschichte forschen. Und mit einer außerplanmäßigen Professur wird man zudem keine größeren Forschungsvorhaben verwirklichen können. Da braucht die Landesregierung nicht verkünden, dass die Landesgeschichte angemessen an den Universitäten vertreten ist. Sich hinter der Hochschulautonomie zu verstecken und mit dem Finger auf die Universität Potsdam zu zeigen, bringt auch nichts. Die Universität bekommt ihr Geld schließlich vom Land. Wem sagen heute die Namen Sueben, Hevela oder die Askania etwas? Wer kann die Begriffe Altmark, Nordmark, Kurmark und Neumark noch richtig einordnen? Wer kennt die bewegte Geschichte der Lausitz? Wahrscheinlich wird man über den Köpfen der meisten Menschen ein Fragezeichen sehen. Und wieso ist das so? Die Landesregierung, wir haben es heute Morgen erlebt, schwadroniert zwar über die Brandenburger Identität, verordnet uns aber praktisch, wie wir auch an dieser Abschaffung des Lehrstuhls sehen, eine Geschichts- und Identitätslosigkeit. Das fängt in den Schulen an und setzt sich nun an den Universitäten fort. Geschichte fängt bei der Landesregierung anscheinend erst um 1900 an. Aber nicht nur im Bildungsbereich ist das Leitbild der Landesregierung Geschichtslosigkeit ein kleiner Exkurs nach Schmölln in der Uckermark. Dort hat die Landesregierung eine frühzeitliche Kultstätte teilweise in einer Kiesgrube entsorgen lassen. Den anderen Teil hat man erst mal gar nicht untersucht. Und das alles, weil man ein Regenrückhaltebecken bauen wollte. Wissenschaftler nannten die Kultstätte in Schmölln einzigartig. Auch die Landesregierung selbst misst ihr landesgeschichtliche Bedeutung zu. Sie haben die Städte trotzdem abräumen lassen, weil ihnen die Landesgeschichte offensichtlich egal ist. Die Forderungen von Bürgern aus Schmölln, die Kultstätte in Form eines Museums zu erhalten, interessiert sie auch nicht. Wir fordern, geben Sie unserer Geschichte, der Brandenburger Geschichte, einen angemessenen Platz in der Öffentlichkeit, sei es in Schmölln oder auch an den Universitäten des Landes. Deshalb werden wir den vorliegenden Antrag der CDU unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.